weil er dann keine aufgaben mehr hat er hat doch gesagt er hat keinen bock mehr auf ford ich komme da nicht doch nein ich war nicht mit okay ich streue gerade auf youtube vielleicht hört man seine stimme gar nicht gerade nicht du mama ja ich streame gerade auf youtube hey lukas warum sind hinter mir so viele fallen habe ich für morgen ich krieg doch keine psn oder ich will mir doch keine psn ich brauche nur ein handy bildschirm ja nächste bettet das kriegst dafür ich habe den gestürmt muss die gruppe wieder auf die wahl machen die ist Welche? Ey Junge, das fangt so ab! Welche ist denn Nachtleben? Kann man hier irgendwie schicken oder? Achso der Skin Ja, ich weiß jetzt welcher Skin Lukas, kann ich mitspielen? Nein, gerade nicht Hallo Jo, was ist das? Ey, wie kann ich mich da hüten? Hm, Dings Machst du schon mal ganz gut? Also wenn du noch ein Stück gut warst, dann... ...weiß es noch nicht Das muss ich da drauf tanzen Ne, keine Ahnung Ja Bis gleich Bis gleich Und Mama Kannst du nur Nacht an den Camembert machen? Ja Danke Den Du schreit hier während dem Stream Was ist? Du schreit hier während dem Stream einfach nach meiner Mutter Hey, ich bin grad auf PS4 Aber sonst immer auf PC Ich checke es gerade nicht Was? Wie das Level funktionieren soll Wie das Level funktionieren soll Lukas, guck mal in Mindstream Fangen wir da denn nicht, wie kann man auch gut Meister Parton, das passt jetzt so Jetzt müsste ich eigentlich das Level geschafft haben Wenn man dann ein Checkpoint war Äh, nö, weil ich tanze auf den Stangen Ähm Ähm Und schmied mit Drift Ja Tiga, wie... Wie soll ich das schaffen? Vor allem jetzt habe ich auch kein Speed boost mehr Dasselbe konnte ich... Äh, dich fragen, wie ich dieses Level schaffen soll Nein, wie soll ich das dann schaffen mit den... Äh, Stangen Ich weiß ja nicht mal was du machst Ich kann nicht in dein Stream-Koob Ich kann nicht in dein Stream-Koob mein handy nicht bei mir ist level 25 ja das ist mir gewohnt und ich weiß ja nicht mehr welches level es ist ich weiß bei welchem speed boost wo man als erstes darüber springen muss und da muss man da über das geländer noch mal drüber springen da muss man so nicht hätte du hast doch level 25 selber gemacht ja aber ich bin ist bei 33 und weiß nicht wie ich das machen soll ich gucke einfach in einem stream kurz nach ja in dem man muss das schnau was soll das bedeuten ja 30 jungen wei ich streue gerade auf youtube als ich weiß nicht ob du auf youtube sein darfst Oh, so könnte es funktionieren. Hab ich das Blatt richtig gesehen? Ich muss die Gruppe wieder auf... Er hat doch... 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 Wie weit muss ich dahinter? So... Was? Wieso bin ich zu weit geflogen? Dein Headset? Ja, da war dein Headset... Ich raste jetzt nicht aus... Ich schaue... War Spaß... Dafür habe ich zwei... Als Lucas Abonnenten in seinem ganzen Leben haben wird... War Spaß... Nein, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe kein Speedboost mehr, bin ich dumm... Ich musste mich gerade umbringen... Weil ich das gerade nicht geschafft habe... Warum schlage ich die ganze Zeit auf mein Handy? Ich bin 37... Lukas... Ja? Ich hole mir... Oh mein Gott! Ein Handy... Mit dem Handy kann ich dann auch FN spielen... Ok, nice... Kostik plus 160 Euro... Es wird hier... Es ist einfach... Gut und günstig... Meine bei meinem Level bis danach schreckt dich nicht... Jumpscares... Schau einfach mal... Ich hab's da gerade hingezeigt... Nein, brauche ich nicht... Ich lass mich überraschen... Wenn ich mal Level 25 schaffen würde... Was? Wenn ich mal Level 25 schaffen würde... Ganz ehrlich, ich bin der... Du bist gut in Deathruns, oder? Eigentlich ja schon... Nee, eigentlich nicht... Eigentlich ja ganz mittelmäßig... Eigentlich nicht... Jetzt rutsch ich auch mal an der scheiß Stange ab! What the fuck ist das? Auf jeden Fall ist der Fact lustig... Äh... Die töten mich, oder? Ja, die töten mich! Ja, natürlich... Warum rutsche ich die ganze Zeit an der unteren Stange ab, wenn ich da runter springe? Ich war doch mittig drauf, ganz ehrlich... Was war das gerade? Ich hab so an meinem Hetze zu gerieben... Wie hat sich das an? Wie ne Säge... Ja... Ja... Gut... Wo... Ja, der Droppe ist doch auch unmöglich, oder? Digga, das Level hier ist unmöglich... Nö... Ich bin daran vorbeigekommen... Weil du cheatisch... Ich schaue in meinem Stream, dann siehst du, dass ich cheate... Ja, ich raste jetzt gleich aus... Schon wieder gestorben... Ich hab mir vorgenommen, heute nichts auszurasten... Bei dir... Bei irgendeinem... Von... Warum? Wieviel tust du in der Kasse? Was? Wenn du ausrastest... Wenn du ausrastest, muss ich dir kein Skin mehr schenken... Okay... Ich hab mich grad so erschrocken, dass ich äh... Blatt Tränen in den Augen tatsächlich habe... Assozialkamern... Assozialkamern... Keine Trapper... Easy... Lukas... Das hört sich grad an, als wie wenn du ein Kind gleich bekommst... Ja, ich übernehme den Job für dich... Was sollte es jetzt bedeuten? Ja, dass du dann kein Kind mehr bekommen musst... Ich meine, ich bin zwar ein Mann und übernehme grad die Rolle von einer Frau... Aber... Das ist schade, man kann nicht... End again... Ich brauche ungefähr 4... 4 Monate ungefähr... Dann hab ich das Geld für mein Handy zu sammeln... Außer ihr spendet jetzt fleißig... Bitte spendet... Kauft mir V-Bugs... Ey... Wenn du einmal ausrastest... Nein! Wenn du einmal ausrastest... Dann musst du mir noch ein 200 Emote dazu... Also quasi ne ganz... Okay? Vielleicht... Digga, ich kann mir nicht nochmal über Level 25 drüber... Wie soll ich denn da bitte nicht ausrasten? Ich bin Tim, Digga... Ich dachte Lukas... Ich bin der Beste... Ich weiß alles... Komm, ich schaff's jetzt... Digga, was geht mit dem Auto? Hast du's? Hast du's? Ja... Alter... Leute... Nein, nein, nein... Oh mein... Komm, raste aus... Raste aus... Ganz ehrlich... Raste aus... Ich gönne's mir so hart... Hahaha... Nein... Ich... Ich... Ich hatte grad nen Bug, der mich äh... Weitergebracht hat tatsächlich... Kacke... Hä? Und was jetzt? Doch irgendwo wieder was... Ich weiß es doch... Uiuiui... Ich weiß doch, dass man hier irgendwie so hoch kann... Oder so... Vielleicht wieder an der Seite... Nee... Das war nicht... Ja hier ist auch nicht... Vielleicht in der Mitte... Vielleicht in der Mitte... Vor allem... Ich hab letztens mit irgendeinem random Typen gespielt... Oder... Keine Ahnung mit wem... Ähm... Dann... Hat der halt auszusehen in seinem Mikrofon so geatmet... So... Äh... Und dann... Er sagt... Ich so... Kannst du bitte aufhören... Das tut in meinen Ohren weh... Was macht der? Das ist halt einfach Ehrenmann-Aktion... Nein... Sag nicht... Man bekommt keins mehr... Ja... Was... Keins mehr... Was... Ich muss das jetzt zerstören... Nein... Ich muss jetzt mein geliebtes Auto zerstören... Haha... Hiiii... Hiiii... Ich stream gerade mit Niklas... Verpist dich... Spaß... Von mir aus kann er schon wieder gehen... Ja... Was macht ihr? Stefan... Minecraft Geist... Ich war schon fleißig heute... Ich hab heute schon drei Parts Minecraft Geist hochgeladen... Lukas... Es waren noch zwei... Ne... Ich hab vorher noch den dritten hochgeladen... Nein... Nein... Gestern Abend hat es bei mir angezeigt... Du hast einen hochgeladen... Ja... Und heute habe ich zwei hochgeladen... Stimmt... Also... Was laberst du? Ey... Ich war schon fleißig... Ich bleibe jetzt den vierten Part hoch... Nein... Wie soll ich da über diese... Kackvogelscheuche drüber kommen... Oh... Jesus... Um was geht es denn heute? Farmer Defran... Allgemein Defran... Genau... So... Also... Lust... Oh... Ich verstehe mich mit ihm... Oh... Alter... Ju... Wie schlau... Jetzt habe ich es... Ich auch... Nein... 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 Was? Haha... Keil... Ah... Hä? Ja... Also... Wie soll man sowas schaffen? Ich wollte nur sagen, dass ich... Ähm... Was? Nein... Ich bin Level 42, wollte ich nur mal sagen... Ich bin Level 27... Ich habe erst... Äh... Erst habe ich 25 Level skippt... Und dann noch... Nochmal keine Ahnung... Ich liebe... Wichtige Ehrenaktion... Hä? Digga, wie soll ich das... Level mit den Eisgranaten schaffen? Äh... Äh... Mann, ey. Schnapp, schnapp. 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 WTF? Hä? We can stand on the floor there. Ha 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 ha. Aaaah. Boah, am I stupid? I shouldn't be the first to jump. Und jetzt bin ich gar nicht gehüpft, obwohl ich auf hüpfen direkt habe ergangen. Hm. Oh. Zum Glück bin ich noch nicht ausgerastet. Eine, Fabi? Nein! Fabi? Ja? Also, Lukas muss mir doch den 800 Kasteln schenken, weil er die Wette verloren hat, gell? Ja. Ähm, und wir haben jetzt ausgemacht, wenn ich ausraste bei den Dörfern, oder bei allgemein den Dörfern, die hier kommen, ähm, muss er mir keinen, äh, Skin kaufen, aber, ähm, wenn, ähm, wenn ich ausraste, dann, nein, wenn er ausraste, muss er mir noch mal zusätzlichen 200 Emote schenken, dass er quasi mit 10 APS empfindet ausgibt. Oha. 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 Egal, wie ist das mit dem Dörfern von mir den Dörfern schenken. Oha. 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 das ist es überhaupt von kasten ihn doch gesehen will ich dort mich im video wählentausch was mal kurz wo kann man dahin machen das geht nicht nein mich hat es getroffen aber danke lukastring jetzt weiß ich ich bin halt einfach kundel ich bin halt einfach kundel in fünf langen habe ich wo drauf das war kommt nicht wenn ich das jetzt geschafft habe bist du nicht doch wenn ich sage du bist nicht da dann bist du auch nicht da versanden wie dein leben körper egal ich rutsche da die ganze zeit ab also wenn ihr fertig seid lukas wenn du fertig bist mit einem video können wir ein bisschen mein guter gast aufnehmen weil ich habe gerade übel bock das dorf fertig zu bauen ja und ich habe auch übel bock heute jetzt aufzuzeigen sowas wenn wir schon machen weil ich hatte vorhin schon ein paar so ideen ich mache dann auch so den wie heißt ich mache mir gerade ist das jetzt zu sagen ich mache ich brauche ich will aber eins sagen ich würde einen brunnen auch komm bei mir ich muss mich testiere die schmack schmack ob gewer 好 verd swim nein ich brauchte den speed boost auch man ich sag nicht nur was er so halt enttet den maul ich bin ich habe das IQ von eine Million im Minus nein doch du hast gerade über dich selbst geredet ja merke ich aber es geht aber dadurch dass ich weiß aber wenn man ihn so aggressiver macht dann ist die chance halt schneller dass er halt beim davon ausrastet Lukas 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 hier warte ich stimme euch jetzt beide was was stinkt 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 okay ich habe jetzt Farbe gestummt und du fängst gleich nach fisch was denn warte ich auf was gefasst Lukas hast du mit Luca Leon auch immer gesagt nach dem tag yo leute willkommen zu einem neuen stream heute wieder mit pranky tanky tv das ja aber ich war auch ernst gemacht ja ne er will dich mit nachrichten zu spammen ach so wow das bessere sein kann er hat das ich auch nicht können was was so wie es aussieht ist dann secret tunnel du fachst glaube auch nicht was langsam ab glaube ich auch bitte bitte nur ganz kurz ich kann dich einfach aus der party kicken ich würde mir nichts ausmachen wenn ich dich aus der party kicken würde kacke 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 aus der party los das war so schlecht so ist gestimmt er hat dich gestimmt dass wir wenigstens dieses mal was besseres ein ach kacke ich muss ihn noch kurzer vorzeit blocken nachrichten zu sparen ist langweilig das macht aber gerade schon ich habe jetzt auch geblokt er hat auch gesagt du musst ihn mal ähm nein warum rutsche ich da die ganze zeit ab ich war ich raste nicht aus nein wieso rutscht ich da die ganze zeit ab ich schwöre ich raste nicht aus ich kann ihn dir ja nicht denken wenn er wenn er ihn hier ja schlug mann was ist das ich schwöre ich raste nicht aus wer hat mit der laut fabi natürlich nicht aus nämlich nicht was ist jetzt los was sollen wir jetzt hier machen das werde ich jetzt über die nachrichten zu blockieren und wenn das über dings macht playstation ich schwöre ich blockieren da auch noch nicht überall hallo ich habe gerade einfach ein level übersprungen was zu sehen das ist lang ist es nicht ich habe ne idee was und der fern danach den 50 oster bitte nicht doch ich hatte mal ein 25 level default davon habe ich gesagt habe ich gesagt ding ohne leben würde mit mir oder warum oder warum das nicht ich suche ein niveau ich muss nur noch eine schaufel sind ich suche ein niveau ich muss noch eine schaufel finden um zu graben du leist du ganz ehrlich scheiß auf das level ist welche freunde du hast noch gar keiner ist so leon hat er schon verloren wie viele richtige freunde null ja du musst nicht alle du musst nicht alle ach du scheiße jetzt verrechnet er sich auch noch du bist genau neben mir oder wie viele wie viele ps4 freunde hast davon sind 20 fake mindestens ich habe gerade mal 5 ps4 freunde habe ich alle gelöscht immer trotzdem hatte ich mehr oder habe ich mehr aufgrund der epic freunde epic freunde sieben epic freunde ich habe ich habe 219 die offline sind offline freunde habe ich 74 offline freunde habe ich 74 wie viele sind bei dir online warte 11 hast du bock bei der von mit zu machen oder nicht kann dann konnte auch mitspielen nein du hast das bis jetzt bloß einmal gesagt was ist los fabi wie ist das er hat gesagt du kannst du in den stummen er hat in den stummen er hat der fach mega ab ja ich werde er bettelt er bettelt die ganze zeit kannst du dir bitte bettel verschenken ja tut er nicht das ist halt schon irgendwie traurig einmal fragen ja ok aber fiesere zahlen ja bettelt auch ja stimmt also allerdings sagt immer wann bekomme ich den account oder wann schenkst du mir battle pass er ist so oder kannst du mir jetzt den skin schenken ich finde den mega geil man ich wäre fast über die wanne drüber geflogen das ist für ein target lucas ja wie lange brauchst du jetzt noch für dein level keine ahnung junge das ist fünf kilometer lang nein ich habe mich in falsche richtung geboostet mit den schneedings ne dings ne dings natürlich bleibe ich oben an der kant hängen anne her lol lukas hilfe was los guck mal wo ich bin ich hab mich echt was man hier machen muss hobby los ich hab dich gleich überholt ich hab dich überholt nein doch nicht so wo bist du dann hat unter dir ich bin fertig so wo ich bin ich bin unter dem devrun mit den eisgranaten ich gehe eine runde baden okay ich bin ein busch nein ich will nicht mehr verlassen bitte beend einfach jetzt das spiel ich weiß nicht wie wie komme ich hier wieder hoch also ich bin das schlau ist der hier unter dem bild lukas helfen hier bitte ich kann nicht helfen habe ich ganz gut selbst gekillt ich will ich auch selbst killen dann respawn halt habe ich doch da oben kann man beenden ich weiß wie ich es beenden kann aber ich muss da erst mal hinkommen dann mach das ist nicht einfach der an versuchs tue ich grad das ist safe unmöglich muss doch safe irgendeinen anderen weg da hingeben ich bin kurz davor ich bin kurz zu machen guck ich muss das sind bitte bitte mach nein ich habe irgendwas ich habe vor wieder oben auf den rand zu kommen warten bis meine eis füße weg sind und einfach level zu überspringen dann wie komme ich jetzt weiter hüpfen wie soll ich da wieder hochkommen ganz ehrlich nichts gegen dich aber gegen dich musst du mich checken du check es nicht ich kann es erstmal ich will ja direkt unter mir ist aber da komme ich halt nicht wir haben menschen getötet hä wie soll man da hochkommen das ist langsam nicht mehr witzig das ist halt echt nicht mehr kann ich da hochkommen wo ich aufheben kann fast geschafft wo bist du weil ich glaube 33 naja ich habe ihn ja theoretisch geschafft soll mir verlassen ja einfach verlassen ganz ehrlich das ausrasten zählt übrigens für alle der franz ich weiß inhalte blockiert zwölf nachrichten alle von fabi ich habe ihn die ganze zeit schon gestürmt ja wenn ich doch sage ich doch hör mir mal zu herr fabi hat zu mir gerade eben gesagt dass er nicht nicht gestürmt hat also darfst du ihn nicht gestürmt warte machen tot rennen rein ich hab schon ich hab doch vorbereitet ich hab ihn doch gestürmt doch habe ich gesagt dass du ihn noch gestürmt hast weil ich es eingestellt habe auch nur nicht den scheiß ich höre ihn aber die ganze zeit ich dachte ja es geht wieder los es ist es sind zwar lustig wie du dann machst bist du kurz vorm ausrasten nö nur langsam das ist auch schon mal schön zu hören den habe ich aber relativ schnell durch ich bin die ganze zeit party chat wie geht spiel und party chat ich hab dich schon in stund sei jetzt bist du wieder gestimmt ich weiß dass er mich die ganze zeit verarscht dann weißt du aber was falsch ist so wie immer halt ne ich weiß was falsch ist ich weiß was richtig ist nicht du Fabi Ehrenmann 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 mit Ehrenmann Ehrenmann mit Ehrenmann und am Ende ne 0 genau Ehrenmann 0 so müsstest du dich auf eh Dings auf YouTube nennen ehrenmann warum boosted so ein scheiß nicht mehr weiß ich nicht der letzte Dreck der tut nicht mehr boosten ist so und ich komme jetzt grad nicht auf den zweiten Block drauf ich komme damit nicht mehr klar ich komme jetzt mal oh mein Gott wie hast du das jetzt geschafft strebe doch hacken ja hi doch schade ah digger ah 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 jungen was war das krass das war Ehrenmann 0 ehrenmann 0 ehrenmann 0 ehrenmann 0 mit 10 o's ehrenmann 0 mit 10 o's ehrenmann 0 dein Hetzetiklas dein Hetzetiklas aber fast und so nee auch nicht aber so geht's guck kacke wie soll ich jetzt wieder hier hochkommen haha ich muss schaukeln ja bin oben aber ich muss da rüber hast du mich grad geblockt ja nein natürlich 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 kann man bärt natürlich kann man bärt kann man machen bärt kann man tun bärt kann man tun kann man bärt kamen bärt warum kriege ich kein boost mehr hin ich bekomme mit den eisflächen kein boost mehr und ich bin der beste spieler der welt seit wann seit seit 340 millionen natürlich rutscht ich keine eck aus ich was noch nicht aus was war das mein controller war schon oben in meiner hand also der wäre fast geflogen das hört sich falsch an ich weiß nein das dauert noch stunden das dauert noch wir sind jetzt grad mal beim zweiten von fünf deflanz oder so ja deflanz ok chill deine base bis heute nacht um drei uhr neon wings ich darf nicht dann lief mal ordentlich warum sagst du jetzt überhaupt ich habe mal am tag vier bücher mit jeweils 150 seiten gelesen ich hätte eine von playmobil nimmst du die auch als bezahlung stimmt gar nicht torte ist noch viel schlimmer aber du hast doch gesagt du wirst eine villa ich habe noch eine barbie villa von meiner mutter der hat sie ja gehört ich verstehe seine logik grad nicht und ich dachte er will offline gehen das ist die farben logik jetzt lese doch endlich du soll schließen lese doch sonst gibt es keinen nachtisch lese oder du bekommst keinen nachtisch lese oder du bekommst kein essen lese oder lese eine andere möglichkeit hast du nicht mit fabi netflix schauen endlich geschafft trotzdem bin ich sieben level vor dir bestimmt gar nicht fliegen fabi anfangen zu lesen sofort die liest für jeden abend also tut du auch mal dein beitrag für den haushalt das ist schon irgendwie lustig ich weiß deswegen provoziere ich ihn ja das war tatsächlich ein kompliment und fändisch ja ich komme mal los nein zum kann man wer essen richtig geil kann man über überschmolzener geschmolzener käse mit einer panade der käse der ist so geil vor allem mit preiselbeersauce ich komme gleich wieder ich komme gleich wieder so lange können meine zuschauer lukas zuschauen wie der verreckt bis gleich ok ok nein der kann in meinem stream gucken ok 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 ich habe mich am finger blutig geschlagen ok 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 Oh mein Gott. Oh. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Stress abgebaut. Definitiv. Oh? Wieso magst du nicht beim Daffron mitmachen? Hey, ja und? Du machst ja keine Wette. Nein. Die Scheiße blockt mich. Die Scheiße blockt mich. Geh weg, Alter. Hä? Und dann packt es mich. Nein. Ist so. Ist halt einfach so. Wir beide machen eine Wette, wenn du gewinnst, bekommst du von mir eine 10er PS an. Wenn ich gewinne, bekomm ich von dir eine 10er PS an. Wieso nicht? Wieso nicht? Und warum? Warum? Ja, wow. Dann bekommst du halt auch nichts gewinnen. Ja, ich stecke. Okay. Ja. Was los? Wie meinst du das? Was? Die sind halt mega dünn. Dafür aber lang. Das war jetzt mit Absicht so gesagt. Was? Ja, das hast du doch ausgestellt. Bitte, 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 bitte. Ja. 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 Okay, der Tod war so scheiße. Der Tod war so scheiße. Der Tod war dann wieder. Wohl dran stinkt, meiner Kacka! Ja, ich weiß. Das hat Verzögerung. Das geht an die Barriere. Ich hab's nicht wieder. Ich hab's nicht mal ein. Ich hab's nicht mal ein. Ja, ich hab's nicht wieder. Es packt mich hoch. Wieder. Kann ich mich einladen. Guck in mein Stream, dann siehst du, warum ich dich nicht einladen kann. Digga, dein Stream lag bei mir übel. Ich dachte, du kannst mich nicht einladen. Ging halt jetzt. Wo ist Niklas? Bei mir ist der nicht mehr in der Lobby. Ja, ich weiß. Das hat Verzögerung. Der ist auf K. Das geht an die Barriere. Das geht an die Barriere. Hab's den Händ. Ich hab... Ich hab's den Händ. Ich hab's den Händ. Ich hab's den Händ. Mann, dieser dreckige Stream, ey. Wieso? Was ist denn? Mann, ich hab in meinem Zimmer so scheiß WLAN alle drei Sekunden. Fängt's an für 30 Sekunden zu laden, ey. Diesen runden Kreis, alter. Schmutzig der. Du sagst in letzter Zeit oft Schmutz, glaube ich. Was schmutzig? Schmutzig. Schmutz ist Schmutz. Und Schmutz bleibt Schmutz. Und Schmutz wird nie Schmutz. Hä? Hä? 50 Level Easter. Wow, 50 Level und du bist 35. Es spielen ihn einfach selber. Und ich bin da auch Schmutz, glaube ich. Was? Wie hast du den Level einfach? Schmutz. Schmutz ist Schmutz. Und Schmutz bleibt Schmutz. Oh. Und Schmutz wird nie Schmutz, hä? Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Ich spiele ihn einfach selber. Und ich bin da auch in der Fall aus. Schmutz, genau. Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Schmutz. Die ersten vier Level waren einfach. Schmutz, Schmutz. Ich bin da auch in der Fall aus. Ich bin da auch in der Fall aus. Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Oh, das ist so geil. Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Und Schmutz wird nie Schmutz sein. Und Schmutz wird immer schön gewaschen sein. Hä? Schmutz… Oih… Oih… Uihg… Uihg… Bin ich bei dir auch zweiter? Na… Ja. Oh!! Irrld… Schmutz wird immer gewaschen sollen das wird den Lava Balken zu 8 Level kann man nicht schaffen doch sonst hätten wir das ja nicht geschafft hä wie sagt mir den Trick es gibt keinen einfach bei mir ist der Balken zu weit weg am besten in der Mitte bleiben man auf dem letzten Balken ist es so scheiße da laufe ich ein bisschen und dann stößt es mich ein bisschen weg ja das ist jetzt bei mir ist es bei jedem Balken so ich laufe ein bisschen auf dem Balken und danach stößt du mich erst weg ja endlich und Schmutz wird immer Schmutz bleiben und Schmutz ist immer schön gewaschen und Schmutz wird natürlich auch immer Schmutz ey das ist ein Pferd theoretisch kann Niklas jetzt ausrasten ohne dass wir es hören nein er kommt ja nicht weiter und das steht auch im Killchat nicht das versteht bitte also das Level ist auch unmöglich oder das mit dem Eis hä bei mir springt der nicht so weit das sind so Eisbalken wo man zu einem Rift springen muss du musst versuchen so circa also relativ weit oben von der Platz äh von dieser Eis Platze drauf zu springen wir streamen halt grad muss ich aufs Ei drauf springen oder den hab ich noch gestürmt den Typen ich weiß nicht ob es für die anderen noch gut ich mag nicht dass er mitspielt Bonn und Spaß ja jetzt hab was zu geben ach Niklas ey bei mir springt er nicht ab egal wo ich abspringe springt nicht ab mann und ich renne so ganz ehrlich egal wo ich abspringe springt nicht ab ticke auch wenn ich ganz oben an der kante abspringe springt gar nicht ruhig ja bitte jetzt beend es geht irgendwie nicht jetzt beend den Schmutz man es geht nicht dann beend den Schmutz achso da steht eine Zeit dran wie lange gebraucht hast bei mir schon 22 Stunden 36 Minuten und 963 Sekunden gebraucht das kann nicht sein wir gehen zurück das kann man irgendwie alle das ganz nicht beenden kann kann man bärt beste essen also Lukas bis jetzt nicht ausgerauscht ich auch nicht ich auch nicht ich bin noch nicht ausgerauscht ich auch nicht nee gar nicht nee gar nicht ja sag ich doch du hast nur ein paar mal schmutz geschrien mehr nicht schmutz 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 wird immer schmutz sein und schmutz wird nicht okay wir machen ab jetzt das hunderte voll der Fromm nein da ist egal wenn wir wenn wir schreien dass das auch aus ausrasten zählt okay okay jetzt bin ich wahrscheinlich eh der erste der rumschreit Kana CC2 aussehen wir machen ohne Lamas ja wow die Klasse hat uns vorgelassen nice ich wollte bis du die ey soll ich Niklas für dich aufhalten an einer fiesen Stelle muss du nicht guck mal ja genau er ist grad eben gestorben eigentlich und wer ist jetzt bei mir er ist jetzt grad eben gestorben ich ah ok man weiß nicht welche Aura Farben ist ey ey ich bin die Aura mit T-Shirt ich bleibe ich hab jetzt hier auf dem Frosch ne ich hab kein bock ne ne die können mich schlagen aber ich würde dich ja niemals schlagen ne gar nicht ich hab dich auch nicht geschlagen ich bin da drin ne gar nicht du würdest mich ja nie schlagen er würde dich nie schlagen er würde dich nur verprügeln nein ich meine in Fortnite natürlich mach ihn fertig oooh weg dir hätte ich gerade fast verloren ey was müssen wir hier machen achso da ist ein Boundstead ich bin auf seinen Kopf gesprungen gesprungen ich hab ihn gesprighted fuck du bist auf seinen Kopf gesprighted äh gesprighted ich schreie Lukas geruhig dich hä warum gesprighted du bist auf meinen Kopf gesprighted Lukas was für Spright Spright ist ein Getränk er ist auf meinen Kopf gesprighted Spright ist ein Getränk das ist das beste Getränk ever also hör auf darüber zu reden also ich finde das beste Getränk ever ist die Wette ich Paula an der Spezzi das lass dich jetzt schon ich wollte nur einmal eine Respektstelle geben Paulina auch ne Klaus du mag Paulina wer ist das ich kenne zwar eine aber wer ist das dein Paulina du hast Paulina falsch ausgesprochen das spricht mein Paulina aus du hast du Lust Karin jetzt sagt er nix mehr she fucked up ganz kurz bereugen ok dann bereugt ich springe rückwärts wieder runter was bin ich denn für ein Bob großer auf jeden Fall ok nice ich bin erster ich bin Level 14 ich bin Level eine Million ich bin Level 16 ich könnte schon so weit sein gerade noch bei mir Level 17 18 19 19 ich pack das Level bei mir nicht ok du bei 16 ich bin jetzt bei dem, wo wir fallen können müssen ich bin jetzt bei dem, wo wir fallen können müssen ha 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 500 danke Fabi weger den Fallen, ich habe dich grad wieder überholt ich wollte dich mit dem puls weghauen nämlich snippy snippy bei der mutter ist auch ein schnipp schlafen und du hast kein schnee wie deine mutter hat kein schnipp wie es wird dein vater hat auch kein schnipp dein vater hat nur als vierig deine mutter hat drei schnippen dein vater einen halben nein fast geschafft ich hänge jetzt wieder an der bühne er war so was habe ich gemacht du hast mit dem von mittels gekauft was laberst du deine mutter hat sich den ich hab wenig ich brauche die impuls nicht du deine mutter neun hat er ja hat er er muss uns jetzt bei den 200er tanz schenken ich mache nicht mit bei der challenge das schlägt mich du kannst ich halt die gerade für dich auf selber gerade bei dem level verkackt der schlägt mich der schlägt mich die ganze zeit es ist so unfair mache ich nicht schlägt mich warum habe ich denn wohl 40 hp warum habe ich 80 hp soll er weniger warum hast du den kill niklas keine ahnung weiß ich selber nicht weil er mich einmal geschlagen hat und ich daraufhin gestorben bin ganz böse von niklas bei welchem level bist du du kannst wir chillen ja noch keine ahnung auf jeden fall bin ich weit nein warum wusstest du mich die ganze zeit runter ja ich habe es geschafft ich bin jetzt gleich bei level 40 nein ich habe das level geschafft niklas ich bin gleich bei level 40 hey wow digga what the fuck ich bin jetzt bei ich bin immer noch bei level impuls bei level hier steht nix naja bei dem level war ich auch schon jetzt habe ich mich gerade selber ich hatte gerade eben nuller ping aber ein rotes kreuz ja das ist immer wenn das internet kacke wird und dann aber schnell wieder auf gut wird verstehst du was ich meine ich habe es geschafft oh mein gott was ist das was da mit impuls ja hat er uns gefällt gerade was auf ich hab dir von schon mal gespielt ich auch ich habe ihn schon finde ich habe mit dir schon drei stunden lang damit ist ich habe schon fünf millionen mal durchgespielt gefühlt habe einfach nie ja jetzt weiß ich wieder wie das level geht I need to roll around the neighborhood Feeling blessed Felix, 3 1, 2, 3, 4 Bin jetzt Level 46 ist lukas ich glaube du gewinnt wieder ja aber es geht ja darum nicht allerdings auszupassen herr lukas werde ich du werde ich mich halt jetzt über anstrengen weil ich meine es geht darum nein den stil bekommen ich aber außer ich raste halt aus ja meine ich ja raste aber nicht aus ich habe geübt ich habe dieses teil was ich in meinem dik-top gezeigt hat und wenn ich das einmal kurz auf oder zu machen dann habe ich mich wieder voll beruhigt mach mal ich bin ja das heißt das heißt heute kann ich dich in minecraft geist abpacken ja gerne ich will kurz nachschauen ich dachte du willst du willst doch ich dachte du willst ein liebergeist bleiben doch dich zuerst auch dachte ich nicht er schreit rum er ist ausgerastet schick mir das mal hey yo ich habe gerade aus diesem level übersprungen was ist los was soll ich dir schicken das video ja ich habe nur digger geschrieben weil ich da mit full speed durch irgend so der grüne impuls ding durchgefallen bin also aber trotzdem dieses videos ist wirklich groß also besser gesagt es hat den meisten so und so ja bin lieber von immigrant dragons ich weiß was nennt man die menschen ist immer tomate das war für dich haben was ist mit dem automaten dragon automaten drücken das hier ist für dich fabi das video sieht auch richtig krass aus ich brauche kurz mein teil das video ist so krass kann gerade nicht kann gerade nicht ey 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 ich bin wieder beruhigt schau mal das habe ich jetzt also ich habe zählte hat dein mutter tik tok wenn der anders fähig sie hat tik tok aber sie schaut kennt man schaut nur manchmal so auf dem kanal von den freunden ob der irgendeine scheiße hochlädt weil seine älteren wissen nicht dass er darf ich das bei deiner mutter schicken ja ich gar nicht ich ich kenne das ding schon ich kenne das ding schon mich berührt das ist tatsächlich aus papier ich hab das gemacht weil ich dachte das ist ein wurfsturm du kannst den text gar nicht ich zeig euch jetzt mal wie ich diese wand chance machen bitte nicht ich geh gerade die impel challengen ich habe eine einladung von todeskommels der zum teufel ist todeskommels teil todeskommels tot des promes frittes das wahrscheinlich wie ich habe jetzt ein checkpoint nicht Nein, ich habe den Checkpoint nicht. Mach mal TTTN, EN, TTTN. Nein, ohne das I. Ich weiß, was rauskommt, soll ich sagen? Wenn du willst, dass unser Stream gesperrt wird. Okay, dann mache ich das erst mit Absicht. Deiner wird dann auch gesperrt. Mir egal, ich habe doch schon keine Zuschauer. Hä? Warum sterbe ich da? Ich glaube doch richtig. Nein, an Lukas nicht. Lukas. Hä, doch, guck mal am Dach und man muss doch dem blauen Ding folgen, oder? Nö. Weil das steht da. Muss man nicht. Was heißt das? Was heißt das? Du musst an die Decke rufen. Ja, mache ich ja. Hä? Ja, aber da, aber da, aber da, aber am Dach muss man ja dann, ähm... Den mal, den mal ein... Nicht ganz links. Äh. Ja, okay. Wusste ich. Ich wollte nur wissen ob das auch falsch. Ich wollte nur wissen ob das auch falsch. Ich wollte nur wissen ob das auch falsch. Ups. Was ist. Was mit der Falle? Stört die dich irgendwie nicht oder so, Fари? Nö. Ich habe vom ersten Mal sofort gesehen. oh man aber die falle juckt mich welche diese seitenfalle ich meine ich bin so scheiße dass dies fallen oder seite schnell auslöst mit ihrem boden es ist ja auch ich bin das level 60 ich bin der soll ich den davon schnell beenden jeder muss ich nur noch warten weil danach können wir endlich nein dann machen wir den 2000 nein nicht der doch können wir bitte den dampf anmachen nein warum bist du eigentlich mit dem schweißdumpf an ganz ehrlich weiß ich nicht lukas kannst du mir auch so ein teil zum zum geburtstag schenken wirst du so eins aber ich weiß nicht oder schick mir mal eine anleitung wie man das bestellt ganz ehrlich ich will mich auch beruhigen ey ja okay warte nachdem nein nachdem nein hat mich ob das wirklich klappt warum du hier wohl mit dem holen herr klappt es bei dir gut lukas oder nicht ja schon herr als ob sowas klappt doch niemals also bei mir funktioniert hä aber hä der warst du noch einmal auf und zu und gehört vielleicht mit dem finger reinfallen oder so ich habe jetzt gerade nichts falsch verstanden nö gar nicht ja ich habe das gerade mit absicht gesagt weil es das bisschen holt wir wollen eigentlich nicht warst du mit dem finger reinfahren ja ich bin's ich bin's ich bin's leipi ich bin's neune junge leipi hallo hier ist der kurse ich bin leipi 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 ich muss warten bis das eis weg ist ja wie weit seid ihr so also wenn ich's level hm keine ahnung warte ich gucke schnell 45 warum dauert es gar nicht noch baut hat man das rückt jetzt schon auf ok schafft bitte bitte rasch der aus wieso macht es mit scheiße stimmt bitte lasst du aus und wenn ich hab schon und werde ich schon ausgerutscht hätte ist halt so und du kannst auch ich hab's gehört in seinem stream nein doch naja ist gerade stellt ich hatte ja jetzt zum anfang von einem stream ausgerutscht stellt ach so er hat schon ich weiß genau deswegen ich werde gerade genauso lügen wie niklas ich komme gerade bei dem scheiß level nicht weiter ich werde gleich nicht aus welchem level kommt ich nicht weiter vielleicht könnte ich was dir helfen was wir aber nicht machen du kannst du mir bitte helfen ja wieso ist du mir nicht du solltest du hast gesagt du kannst du helfen ja ich kann auch ich will nicht mein freund hat das war mal so über lustig mein freund sagt so der eine sprung mit der impuls kann hatte ist unmöglich ich hoffe first try die lache ich habe mir am anfang auch mega lang gebraucht aber das so wie sie eigentlich ja das wird die wende ist echt abbaute ich glaube ich drei stunden gehangen kann es nicht mehr drei stunden sein ja eigentlich kann man nicht mehr ich war mal vier stunden lang in creative deine mutter war auch mal fünf stunden lang mit einem vater in creative und die hatten sehr viel spaß und das war wie alt bist du niklas 7 und das war vor 13 jahren das ist für die wahrheit gesagt habe ich bin nämlich schon fast 15 bin schon fast zwölf aber voll geil ist nächstes jahr kann ich mit führerschein anfangen ich habe im november geburtstag ich kann nächstes jahr sommer mein führerschein anfangen ich habe im juni geburtstag was warum lacht er ich habe gerade meinen eigenen geburtstag nicht gewusst Lukas soll ich dich dann immer mitnehmen zur schule Nächstes jahr darf ich mit führerschein machen und das meine ich meine ohne spaß du wollen gelaufen in der wunderschöne ich bin bei straßen weiter also wobei die bundelfinge ja irgendwo ein paar straßen weiter ach so sagen wir gesagt dass wir in bundelfinge wohnen gerade klasse er ist ja auch jetzt schon wirklich mal meine ganze adresse aussehen verraten super straße 1 bundelfinge ich weiß wo dein haus schläft ich weiß wo dein bett wohnt ich weiß wo dann wieder von strau geschafft auch so hat mich gesehen dass man da unten landen darf wahrscheinlich auf der plattform kann ich verstehen ach du meinst den sprung nö den sprung der ist easy ich komme bei level 45 nicht weiter du bist ja auch schlecht ja schütze kommt drauf an welchen defran defran hier kriegt man langsam licht ich kenne sogar einen typen der heißt defran ja und hier wird man langsam geschrien nein ich mache immer an der selben stelle das mit dem langsam licht werden ist so scheiße schwer okay dann bleibt nicht langsam licht langsam licht diga was ist mit dir los ich kann deutsch seit wann weil ich irgendwie glaube ich es dir nicht ich glaube aber er kann deutsch seit gestern seit gestern ja das ist die gegnerin oder ja nein also ich glaube ich bin deutsch wow nein die scheiß elektrizitätsfelder bring mich oben jetzt halt doch mal die klappe olo ich bin durchgekommen denn aber mir hat nein sagt nicht dass man nicht internet wieder so schlecht bitte ist dein internet schlecht wenn wir dann 200 pappling mit der ich habe ich mit der 200 pappling die stoff ausgerauscht ja aber irgendwie habe ich das selber trotzdem geschafft ich wusste dass da eine falle hängt wenn da schon eine tür ist dann muss da eine falle hängen aber trotzdem verkacken ich bin hier auf einer plattform und um mich rum sind nur fallen mehr nicht ich habe wie ein 10er ping noch mal ich habe die ganze zeit in 31 ich habe die ganze zeit eigentlich nuller bis 10 an den breiten richtig schlecht wo sieht man den ping rechts neben deinem namen bei mir warte ich würde zu gucken gestern hatte ich mich 7.000 bei mir steht er da nicht gerade bei mir ist dann noch mein level und mein mikrofon du hast dann eingestellt dass du bist das ist nicht mehr ich will mein ping aber gesehen das kannst du in den einstellungen wo es geht es kommt jetzt kommt gleich meine hast wo wo keine ahnung da wo man es essen tut nobody den chehen internet einstellung 首x wo eshilfe es gewisse nicht internet einstellungen oder trotzdem wird etwas mitzвеbergarten denn kollektiv mousen tasrichtанию benutzt euberflächen spiele neuen angst spielekondition stark we ven calculations schnell leistet zNS information aufgehobene beutetasten für karten und rucksack und fack jungs nachrichten verbindungsstatistik verbindungsstatistik ab und leuchten zweier ping ich habe ein sechser geraden er hat gerade sechs sie ist nur noch ein so zwei jahr drei jahre und ich hatte gewonnen worden ich bekomme jetzt der schaden leute wusste dir dass ich der beste spieler bin auf der welt seit wann wo ist es so dass ich keine nicht mal schmerz auf die markt Alto markt white martin 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 ist zu warten mag tomaten markt weiter tomaten mag so leute sind leute wissen wollte erster und die klassen strittor die klassen sind dann außenseiter okay der feeling in 2000 level und ich muss erst mal raus guck hier noch nicht reicht nein jeder sprung in level oder ja ich bin gerade noch schweißings ich nehme eine abkürzung hast du schon gestartet guck mal wenn man hier ein mädchen streichelt macht dann jetzt bin ich drin ich bin auf beobachtung ich hab schon mal gespielt bei level 500 200 oder so kann man bis level 500 alles skippen pass auf die falle ich hab den der franz schon mal gespielt ich hab ihn schon mal durch die aber catch die abkürzung bei level 100 oder bei level 200 alles geben kann weiß ich ja gar nicht schon ein bisschen länger her okay wir lassen ihn mal vor okay warum bringt gar keine ahnung ich hab den davon auch als letztens gespielt habt ihr jetzt ernsthaft beide verkackt ich bin schon bei der nächsten stage ja wahrscheinlich bin ich echt ist er echt stimmt ging es da nicht irgendwo die wand rein nein stimmt bei zweit bei der zweiten falle ging es aber ich habe es vergessen ich wusste es aber habs vergessen ich wusste es aber habs vergessen ja diese logik ist ich kann jetzt ein kläzen lösen ja ich weiß nicht das ist jetzt was bei dir so gelegt hat weiß ich gar nicht also von den level ja wo du dann auf einmal bei 13.000 oder so der bei der der schon bei dem ist so läufst du mit eis weiter ich weiß nicht wie ich es wegkriegen alter du bist so ein kleiner kleiner hus so digger zeit bitte ruhig ich muss mich und wenn man weiter geht es ist einfach nicht wenn man nicht über level 2 hinauskommt nee erst was ich hatte die ganze zeit bei dem der wälder sprung und level 7 ein level ist da halt verpackt hätte ich aber welchen level ist von dem eigentlich bei 2 sein scheiß jetzt mit klar zu bestimmen noch und level 2 er ist halt nicht gut in feindern ist er mit uns mit gelaufen ist ob sie geklöckert sogar du krieg ich bin hinter dir trägt also sollst du nein das war mein apfelkuchen und dann hat sie dann stehen geblieben sind oder die andere falle wieder ausgelöst wurde als nachtisch ich komme später vorbei jeden tag nach tisch ja du kannst wollen wenn ich ein will und ich will die außen außer tipps tipps das besseres als die gibt es nicht doch hell ich war nicht immer in der nähe aber trotzdem will ich mich das stimmt ja also ich schmecke mir also ich habe sehr in einer woche ist der schule nicht von den schwarzen ich habe es zu empfangen ist während eine schule mehr und ganz genau dass diese und wie viel will ich auf deiner lüchte schon wieder wenigstens haben wir dort sport zwar verkehrt der schmerz wieder schnell lukas das ist am montag ich dachte mir gerade im kopf los ich wollte nicht so wie sie sagen nicht nicht dich doch nicht immer muss ich dich frage immer 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 mehr 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 ich hab dich letztens gefragt und du und wir beide dürfen halt die mutter ist noch vor gut jetzt bist du ein das bin ich ich nehme an dass man das level 2 geschafft bei dem mutter ist trotzdem noch ein opfer und bei level 15 und bei der eigentlichen korrekte 16 17 ich glaube man merkt dass ich den der franz schon mal gespielt habe oder ich habe ihn auch schon mal durchgespielt aber ich freue mich schon auf die abkürzung ich habe die abkürzung noch nie geschafft weil dies schon schwer da kann man zwar auch schon früher rausgehen aber ich glaube man kann maximum bis 500 bei der abkürzung ich weiß noch genau die stelle wo sie ist und euch werde ich dann nicht verraten doch dann bist du weg von meiner lust ok ich verrat's dir ok ich habe mich noch nicht ich weiß ich da auch mal lukas ich werde du beruhig mich jetzt aufs karma ich bin level 5 hi überholt guter ist endlich zu hause nachher muss ich halt dann auf mich warten ja nein weiß ich nicht mehr du hast auch irgendwas mit level lass mich lieber vor ok das wissen weil ich weiß nicht mehr welches level aber ich weiß doch wie es aussieht und ich habe keinen bock das ist niklas hört also ich weiß noch wie es aussieht aber ich will dich das ist das ist der anzeige fehler beziehungsweise der prank guck jetzt über 26 wir brauchen das auto übrigens noch wartet checkpoint ist gleich kommt auch ein neues level wieder ich finde das hier so ein geiles feature so mit der lava lukas ja und das meine ich weil ohne spaß nächstes jahr ein roller führerschein machen ja hab ich ja bis auf das wo ich nicht gewusst habe und nach der schule fahrer zu merke ist also ich habe mich also sagt mir so ich habe nicht wenig vergessen was ich gemacht ja dann können wir auch nach der schule zu merke ist ich habe wenig nicht gemacht so mein ist ich habe wenig nicht gemacht also das war nicht kapiert ob ja was ist das darf ja meiner künstlerin ist seine roller führerschein machen er hat gesagt er geht dann mit mir zu merke ist ohne dich nach der schule lukas brauche ich dich in der früh immer ab ich habe keinen da kauft ihr einen kann ich nicht warum leite kannst du vielleicht auch bei mir ausleihen also was für ein helm normaler motorrad helm oh junge ich bin wieder da ey fabi kurz warte mal ja was ist äh dings hat äh gesagt wenn er seinen motorrad führerschein hat oder seinen motorrad führerschein hat was auch immer dann erfährt er mit mir mal nach der schule zu merke ist fabi denkt sich ich will auch ne ehrlich gesagt denke ich will nur ich spiel nie wieder mit lukas wieso dig auf das ist gut für dig auf und rolle da ist bloß Platz für 2 ich bin jetzt bei dem level das verbracht ist lukas ist auch bald äh 15 nur noch 4 Jahre richtig ja mit 15 darf ich dann den führerschein vielleicht schon mal vielleicht und das kommt drauf an ob man 50 mit 15 schon machen darf digga bist du herr anwalt oder was es kommt drauf an es kommt drauf an die wird vielleicht noch anders es kommt drauf an an welches level ist der verbaut lukas 45 oder bin ich gleich jetzt hier noch kann man doch die röhre drauf ja wie am ende jetzt gehen wir noch so ein auf so ein teil bei mir steht es ist nicht verpackt das war bei mir genauso damals und dann muss man so rüber springen bis dann dort wieder machen das habe ich habe ich habe sogar auf youtube geschaut geschafft hat ich hab's ich hab das mal geschafft lass mich mal in der profi sowas ja 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 aber das leckert über und ich hab selbst so 30 versuche gebraucht ja das ist heute nachteil dran ja leckt was man ich bin gerade abgesprungen aber es leckt mich runter da kann man alter butter lukas rasch nicht aus glaubt mir ich packe dich nur fuck er hat mich hier getötet so dass ich bestimmt nicht ausgegeben so sagt immer irgendwas guck mal den namen von dem ersteller was immer den namen von dem ersteller an butterfinger was x der bauz muss eigentlich hätte ich gesagt er ist trost der dj ist kenne das lied auch der dj ist voll die mädels am strom punkt und von der falle naja so einholen wird uns nicht was glaube ich nicht ich bin grad bei level 14 also sagt man nichts ich habe an dem dann wo wir jetzt sind losgespätestens weiterkommen ja hoffentlich was steht da dann aus es ist ja wirklich lukas hoffentlich was steht da raus ja aber glaub mir das geht ha ich hab's ja gemerkt es geht nicht ey es springt nicht es geht nein du sagst du gerade eben noch aber glaub mir es geht es geht nicht es geht nicht man oder wollen wir abkürzen kann man hier schon nein aber man kann es erst überspringen guck 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 direkte darauf auf das zweite springen ich weiß aber da war es ein äh dass die dass einer runtergepackt wird aber das schaue das was schafft guck es ist dann die chance auch höher dass ich mal leise zeit du kannst ich hab jetzt den trick glaube ich guck du musst ganz normal drauf springt dann aber springen alles gut 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 sonst muss ich es ausprobieren mein herz etwa weg gleich ich freue mich schon auf meine anleitung meine kommentare von also schreibt mir auf die kommentare du musst in der bitte bleiben ab dem rand kannst du nicht mehr springen so weit doch ist ja ich hab's geschafft ich sag doch das geht ich bin am verzweifeln ich bin zu weit gesprungen man wollen wir gleich zwei abkürzen obwohl zwei kann man nicht abkürzen wir können nur eins abkürzen ich bin jetzt auch bei level 2 wofür brauche ich eigentlich das auto jetzt weiß ich ich brauche das dach von dem auto ich habe nichts zum anfeuern aber soll ich schon mal weiter wie soll ich dir helfen indem du da bleibst warum wacht man nicht auf mich das geht nicht wartet ihr auf mich ich bin level 28 ich bin level 28 ich bin level 28 fähig nicht ich bin level 29 da peinlich und das level 1 ich muss meinen teils was soll man da machen ist doch ein jetzt aber ich bin noch nicht so weit du musst versuchen ganz an die kante davon zu springen ich bin aber schon von vorne also von 1 muss hier anfangen so ich habe euch gerade gehört ich klug das hat uns doch falsch verstanden nein ich höre ich die ganze Zeit gerade ich meine weil ich mir auch direkt geben dir welches Lernstern hier hat 55 ich bin jetzt level 40 56 57 58 ich weiß nicht ob es der der frage ist aber ich war aber ich weiß auf jeden fall das ist bei einem 2000 der vorhanden abkürzung gibt also lasst mich mal lieber vorgehen vielleicht ist es der hier und welches level ist noch mal so verpackt das ist ein verpackt 55 45 45 aber das ist mit welchem level bestehende klaus warte wir sind 61 62 62 42 ein boi ist es das ist level 44 45 das ist krank schwer aber ab da sind alle so einfach nur das ist ja auch so es gibt es jetzt springt bitte du für mich einmal rein teamarbeit die klasse besteh ich soll mir das level schaffen einfach schaffen halt wir haben es geschafft es ist möglich schaue dann einfach in meinem stream nachgebungen es geht direkt aufs zweite rüber zu springen das stimmt ja ich weiß habe ich gerade die macht und hier richtig geil irgendwie nach kuchen oder so bei mir auch aber das ist käse ich bin noch kuchen nein das ist der mit panade der kuchen der richtung käse anders du bist du wirst du mache es ist nie dran aber du warte schon für mich wenn du bei level 90 bis ok bei welchem level 90 worte ich hoffe ich glaube das ist so richtige davon soll ich auf dich warten ja bitte ja okay ich warte bei auch bei 90 ich bin jetzt bei 89 gleich weiter weil hier die sprüge ist überhaupt noch mal die sie marte du darfst weiter ich meine dass ich dich nicht blockiere war ich ich glaube ich schlag mich schon selbst anstatt auszulassen ich schlag mich schon selbst anstatt auszulassen warte bitte beim job und die 1100 bitte warte auf mich ja okay ich weiß nicht ob es der davon ist aber ich glaube mal wenn nicht dann ist es ja egal wir können trotzdem zusammen machen ich gehe weiter ich glaube ich meine stelle wo ich auf jeden fall ist es nicht bei level 100 das weiß ich noch es ist ein bisschen später also es ist nicht genau level 100 sondern schon ein bisschen später also das weiß ich schon noch es kann auch sein dass das spiel 150 kommt oder so es ist auf jeden fall irgendwas mit 1 also mit 100 ich dachte ich war gut kannst du deine zeit ich gehe einfach mal ein bisschen vor das ist ja alles easy nein vielleicht kommt es ja gleich und man bestimmt so weit vorne ich bin bei 108 jetzt ich sag ja es ist irgendwas mit 1 also damit man nicht irgendwas mit 100 okay let's go dicker du hättest einfach guck mal das ist einfach hier drauf hier drauf warm ich glaube ich weiß das war ein sehr starker leistung ich weiß ich weiß was 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 ist ich bin mir nicht sicher aber ich glaube inzwischen ist es doch ein alterer der ich hab gerade noch mal noch mal ich sterb hier noch ich sitz neben meinem Fenster und es ist offen es ist umweltverschmutzung umwelt 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 hey lol das packt ein echt runter ich hatte auch gerade runtergepackt ja du kannst dort ja warte mal die Sprünge sind halt so einfach ich hab's fast geschafft ach Leute fast ist die kleine Schwester von voll kackt wir sind beide so schlecht gestorben die haben fast geschafft fast geschafft fast geschafft und wie hört sich das an ganz normal vielleicht ein bisschen langsamer weißt du jetzt wie du denken musst ja ja zu laut ich hab's geschafft das level ah nein der holte sich noch ein der holte sich noch ein der holte uns noch ein ich weiß ich bin nicht tatsächlich wollt ihr das wirklich durchziehen ja herr als ob ihr das durchzieht ich hab's mein Zuschauer verbraucht egal ich meinte das ist übel viel danke ich bin auch so einer wofür soll der Zuschauer alles tut sowieso der vertratet seine besten Waffen meine Zuschauer jetzt nicht ganz alles aber je könnt ihr bitte aufhören über Samu zu reden warum ja wieso ich hab nicht mehr übernehmen jetzt gehört Samu ist nice kurz der Ehrenmann darfst du eigentlich seine Sachen vertreten keine Ahnung ich hab's so gemacht der hätte ich aber auch nicht machen so muss mein bester freund auf der ps4 auf der ps4 du bist mein bester freund im real life also von dem her sollte ich dich mal lieber freuen ich hab das auch als ps4 freund hey aber guck mal du zähl ich für mich als bester freund im real life du zähl ich für mich nicht mehr als ps4 freund kapiert ach sooo du bist mein bester freund im real life also momentan kann man es nicht mehr sagen im real life weil man sich dann sieht man sich nicht mehr in fake life in fake life warte mal auf mich Fabi ich klicke dieses level nicht so Digga ich bin doch erst bei 162 Jim aol ich bin bei 154 oh ich bin bei 57 und von 8 zu 94 es ist nein 49 war ich da du wirst hier an den neuen 4 4 okay dann war ich halt 94 mir egal da wäre mich nicht gleich dies blub 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 kommst du es bald du bist ne 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 sei es war ja okay dann gehe ich vor ich wäre echt vorgegangen was war bei welchem level bist du 159 mann ich bin jetzt 60 gut ich bin ein level weiter ich bin zwei level 61 ich bin 165 hast du dich sagt es sonst warten alter aus solchen bei 167 provokat ihr nicht aber vielleicht bin jetzt auch von 268 169 bis gleich wieder ganz oben und ich wo bin ich ist er gar nicht drauf auf was für eine liste überhaupt die denen ich noch eine schwelle geben will das farbe gleich wieder ganz oben ist leon auch dabei warum ich war das bei 176 schimmel siehst du provoziert ich habe gesagt du sollst warten 165 europa 166 europa 168 er hat auch noch lauter zu hast du hast 167 vergessen da hat er nichts gesagt doch er hat 166 vergessen aber 167 erwähnt ist jetzt auch egal auf jeden fall bin ich pisst raste aus raste aus gefälle kommt die impulskratten an ich bin jetzt level 70 ich war schon er hat nicht gestimmt da kann ich ja weitergehen er geht weiter das ist doch mega da liegt auch dass mich lukas gestürmt hat ja aber die level grad sind eigentlich gar nicht so schwer ja die werden aber noch mal ein bisschen schwer wenigstens nur ein bisschen wer ist eigentlich momentan ein bester freund immer noch leon oder sagt mal lukas das soll mich ein sturm du kannst du sagst in den sturm hinweist ans wälfte dich auf whatsapp wieder voll habe ich nicht gesagt das hat er gar nicht so exakt das soll ich ihnen stummen und auch wortel mit blocken das mit dem wasser beim blocken habe ich nicht gesagt außer trotzdem machen oder ich versuche jetzt wir versuchen wir mal ab welches level seid ihr 180 ich bin ich bin ich bin fast drei gewollt steht gott sei dank nur fast leider nur fast ich bin jetzt level 101 wollen wir eine abkürzung nehmen ich bin ja schon drin das habe ich gerade rausgefunden aber hier kommen wir auch über viele level skippen nein fast geschafft man kann sich dort über die mauer drüber boosten mit den impuls granaten zum glück habe ich das jetzt gerade noch machen aber lieber richtig warum kein den ja jungen das danke mit ja ja und ich und ab wann sollen die level schwerer werden keine ahnung 160 oder so ich bin jetzt kurz ich hab's geschafft man direkt wirst du aber dass ich beim zweiten level so verkackt habe bin ich jetzt kann er habe ich da das 314 318 322 328 3232 welches level ist bei dir lukas 190 ich kann ans ende laufen warum kommst du nicht 455 ich habe einen pulsgranaten nicht verloren obwohl ich beim level 457 da war es schon zu spät falls es dir aufgefallen ist hier sind falls hundel 148 ja schon 9 sind gestorben ich muss kurz aufs klo ich komme gleich wieder ich bin jetzt level 124 ja okay ich zog noch ja hier braucht man nichts mitbringen ich bin wieder da wir hören es ich weiß wohl nicht warum lucas zur piste ist aber warum bin ich versorgen gepisst lucas habe ich das schon einmal der viele gott ich gehe gerade einen schritt zurück dass ich sterbe mann warum ist es hier gerade so ruhig das macht mir angst dann sind wir mit absicht oder nicht glaube ich dir irgendwie nicht keine ahnung warum scheiße ich sollte jetzt wieder reinkommen wie spawnen schlaues kerlchen du bist ein dummes kerlchen hey mutter ist ein dummes kerlchen du selber nicht auf die idee kommst bist du auch so eine liste machen niklaus leon steht zehnmal drauf jetzt schon langsam auch und lucas steht 25 mal drauf also sein bruder oder leute sind seit der galt aber den puls kraft nehmen wir noch obwohl ich jetzt schon die ganze zeit gestorben bin nein du kannst welches level seit jungen wie oft noch es war da schon zu spät also ich bin bei level 450 damit schiegt mich gerade noch weiter vor das ist traurig ist so wenn man so dürfen weil er in der front ist ja aber es ist doch neu ist jetzt sehen deine zuschauer wo man sich abkürzen kann vielleicht bist du auch ein kopf kürzer das ist doch unmöglich wer hat meine abkürzung gekommen ich habe ich nicht gleich ab welchem level kann man abkürzen ab welchem level kann man abkürzen sagen wir denn nicht lukas sagt mir bitte nein kürze ist noch nicht ab ich weiß selber sowieso nicht mehr wenn es war nein scheiß elektro zauern ich bin grad level 151 222 morgen kostet mich auch groß drauf man fabi kannst du bitte mal deine markierung da wegnehmen fabi du sollst deine markierung wegnehmen wie indem du auf die markierung drauf gehst und dann noch mal linke pfeiltaste ist bei mir im mode bei mir ist das die untere war mir auch ich hab leider eine neue steuerung erstellt es springt nicht feindes erste mal dass ich von meinen ältern vielleicht ein paulaner spezi bekommen sonst fahren die immer dagegen dass ich spezi trinke nicht nur einmal in meinem klassenzimmer und platz da stehen glaube ich noch vier leere flaschen oder so und level 5 vor ich sagte so als wäre es eine topleichtung das ist es aber nicht was das mal level überspringt ich wette wenn du kosten mitgekommen wäre und hätte sich jetzt auch freuen aber jetzt hat er halt null bock weil er nicht mitgekommen ist ich habe doch gesagt er soll auf mich warten er sollte auf dich warten du warst die ganze zeit vor mir ne du hast dann gesagt komm wir machen abwechselt ich wollte dann abwechselnd machen dass du auf einmal angefangen zu springen und dann dachte ich mir ach komm wenn der nicht abwechselnd macht dann mach ich auch nicht abwechselnd bin ich schon vor auf gesprungen das war weil du zweimal hintereinander gemacht hast wie im kindergarten ich bin dran nein ich bin dran warum hat fabi eigentlich nicht bei der wette mitgemacht was sonst hätten wir jetzt schon 5800 ausgibt und wenn ich da dann auch nicht ausrasten wenn wir nicht warum glaube ich dir das nicht keine ahnung der was not memory to fit all 2000 levels use this map code to finish playing nein es gibt hier nur 510 level jungs hier steht dran und man muss einen anderen map code machen damit man alle 2000 level findet ja ok dann lass einfach aufhören ich beende es noch nicht wollen wir dann mein craftgeist aufnehmen guck guck mal das wird wieder lustig bitte wenn wir erst noch ein bisschen wollen wir wollen machen ok die geister gerade ehrlich gesagt null bock ja ich habe auch auf mein kopf weiß kein bock du hast nie auf mein kopf bock muss man dazu sagen nein warum habe ich dann gestern mit dir aufgenommen weil du da wollt ja also dann habe ich nicht nie bock vielleicht wo ich mir den borderlands gehen also dann spielst du es kein aggressive mehr oder ich nicht sorry soll ich zum zentrum ja ok so das war es heute sei bitte kurz ruhig so leute das war es jetzt mit meinem stream ich hoffe es hat mich gefallen wenn nicht dann lasst kein like oder abo da ja ansonsten schon ähm schaut bei ein doodle lord und bei schnippe vorbei bei einem doodle lord den könnt ihr abonnieren schnippe disliken deine mutter ok das war es dann mit meinem stream tschüss ok ich bin wieder zu dumm um den stream zu beenden hm ja